Herzlich Willkommen meine lieben Damen und Herren und Zuschauer und Abonnenten zu einem weiteren Video mit mir, General Vigo, featuring die Tabaks again. Nun, meine Damen und Herren, ich habe riesige Fortschritte zu vermerken und zwar wachsen die Tabaks und wachsen immer schneller und schneller. Zumal die Virginia-Sorte ist so groß geworden, dass ich meine Hand unter ein einziges Blatt verstecken kann, wie man hier wunderbar vermerken kann. Also ich lüge nicht, wenn ich sage, die Pflanzen wachsen wie Sau. Ich habe übrigens hier den Versuch gestartet, ein Blatt Luft zu trocknen, zu fermentieren und wir werden sehen, es wird wahrscheinlich nichts werden, es wird wahrscheinlich furchtbar und schlecht und keine Ahnung, aber ich werde versuchen. Und zurück zu den Pflänzchen, die machen sich wie gesagt bombastisch, gerade die Virginia-Sorte macht sich auch die kleinere Pflanze im kleineren Topf, wächst wie Sau. Die kleinen Viecher nun, die wachsen auch wie blöd, wie Unkraut und das ist auch gut so, denn nicht mehr lange und ich kann sie draußen pflanzen. Beziehungsweise, ich muss noch gucken, wie ich die umtopfe, fli-pa-po, tralali-tralalu, ich werde die wahrscheinlich heute noch umtopfen, die kleinen hier, die kleinen Racker, beziehungsweise heute oder morgen, weil ich brauche hier noch ein paar mehr Töpfe, aber zumindest ein paar kann ich versuchen mal umzutopfen. Und wir werden sehen, meine Damen und Herren, wir werden sehen. Und hier zum Rizinus, der macht sich übrigens ebenfalls fabellhaft, er hat sich von dem kleinen Schock hier erholt. Ich werde das Blatt wahrscheinlich wegschneiden gleich. Wunderbar, wunderbar. Wie man sehen kann, ist der milchige Saft noch nicht vorhanden. Das kommt aber auch erst, wenn die Pflanze gelbster ist. So, die Pflanze macht sich dennoch relativ gut, verdammt gut, muss man sagen. Die Blätter wachsen, die Blätter machen sich und auch der große Monstera-Blatt, das große Fensterblatt, macht sich ganz gut, die ich mal letztens mal irgendwo herbekommen habe, bis sie auch borscht. Jedenfalls, es geht ja hier um die Tabaks und die wachsen prächtig. Gerade hier die Virginia-Pflanze und der ganze Rest, die Pflanzen sehen übrigens nebenbei wunderbar aus. Der einzige, oder das einzig Doofe ist, dass sich ein bisschen Schimmel im Topf gebildet hat, aber Joffi! Machen Sie, machen Sie. Ich werde die kleinen hier mal umtopfen, demnächst, ich glaube, das liegt irgendwie an den Töpfen, wie auch immer. So, meine Damen und Herren, das war es erstmal als Zwischenstand für meine Tabakpflanzen, die machen sich und die gedeihen. Nun, als nächstes werde ich vorhaben, Kardamom auszusehen. Nun, Kardamom ist eine tropische Pflanze aus Indien, wird auch als Bestandteil des Curries verwendet und hat ein Zimtaroma. Und ich finde, es hat eher so einen Kaugummi-Geruch, Duft, wie auch immer, aber es könnte auch Zimt sein. Nun, ich habe da sowieso ein komisches Empfinden, Geruchsempfinden, wie auch immer. Die werde ich demnächst mal auszusehen und wenn Bedarf ist, wenn ihr Interesse habt, kann ich die dann auch mitverfolgen und mit im Tabak-Video mit aufnehmen, dass man ein bisschen mehr Element hat. Allerdings habe ich das Gefühl, ich palabere zu viel. Nun, jedenfalls, die kleine hier, zu der wollte ich ja noch sagen, die war in den letzten Videos, hat man es vielleicht gesehen, die war relativ verkümmert, die war relativ kaputt im Heimer und die hat sich aber auch gepäppelt. Die hat genug Wasser bekommen und hat sich dann noch aufgerichtet. Gerade jetzt, wo Licht ist, macht die sich. So, der ganze andere Rest macht sich ebenfalls, meine Damen und Herren, meine lieben Koli-Gins. So, ich habe jetzt hier von jeder Sorte eine in einen größeren Topf getopft, in einen 9er- bzw. 10er-Topf jeweils. Von jeder Sorte hier in einen so Töpfchen mit normaler Blumenerde. Und jetzt schauen wir mal, wie sich die ganzen Dinger hier entwickeln. So. Einmal die Burley. Einmal die Xanti. Einmal die Kentucky. Und einmal den Bauerntabak. So. Das war es von mir, General Vigo. Wir sehen uns in der nächsten Folge in einer Woche. Bis dann, ihr Lieben.